Alle Menschen müssen sterben, aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen das neue Leben geschenkt werden, so heißt es im ersten Brief an die Korinther. Beim Tod eines Angehörigen müssen die Verwandten oder Freunde dennoch nicht nur Schmerz und Trauer aushalten, häufig sehen sie sich auch vor Entscheidungen gestellt, mit denen sie sich zuvor nie auseinandergesetzt haben. Wir nehmen uns Zeit für die ganz persönliche Beratung und Begleitung bei einem Trauerfall. Und natürlich stehen wir jederzeit für allgemeine Fragen auch bezüglich der Bestattungsvorsorge zur Verfügung. Die individuelle Gestaltung von Trauerfeiern und die würdige Verabschiedung von Verstorbenen in eigens hierfür konzipierten Räumlichkeiten, das ist die Aufgabe des Bestattungsinstituts Kramer in Bordesholm. Ob es sich um eine christliche Trauerfeier unter Begleitung eines Pastors handelt, oder ob ein weltlicher Redner die Ansprache hält, den individuellen Wünschen kann in jedem Fall entsprochen werden. Das Bestattungsinstitut Kramer in Bordesholm ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr für Sie erreichbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017